Müssen Sie sich manchmal extrem zu Ihrem regelmäßigen Training motivieren? Wenn ja, dann haben wir die Lösung für Sie. Run on Earth ist eine neue Fitness-App, um Ihr Training aufregender und intensiver als je zuvor zu gestalten. Mit dieser fantastischen App für Smartphones und Tablets können Sie auf kompatiblen Laufbändern, Indoor-Cycles, Heim- und Ellipsentrainern trainieren und zwar weltweit von Ihrem Wohnzimmer aus. Run on Earth verwendet Google Maps, um Strecken auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie bestimmen einfach Start und Endpunkt und die App legt Ihre ganz persönliche Route fest. Sie können die Route auch ganz leicht an Ihren Lieblingsorten vorbeiführen. Die App passt die Neigung beim Laufband und den Widerstand bei Indoor-Cycles, Heim- und Ellipsentrainern exakt der realen Strecke an, um die Höhenunterschiede der realen Route zu simulieren. Es gibt drei unterschiedliche Ansichten, damit Sie genau verfolgen können, wo Sie gerade sind. Street View zeigt die Straßenansicht, als ob Sie wirklich dort wären. Die Kartenansicht zeigt Ihnen, wo genau auf Ihrer Route Sie gerade sind und die Satellitenansicht ermöglicht Ihnen den Blick von oben auf die Strecke, die Sie zurücklegen. Mit Run on Earth können Sie trainieren und gleichzeitig die Welt bereisen. Laufen bzw. fahren Sie an historischen Städten wie dem Kolosseum vorbei, genießen Sie die fantastische Küste bei Kapstadt, erkunden Sie die geheimnisvollen Straßen Hongkongs. Sie können trainieren und gleichzeitig die Welt bereisen – ohne Grenzen. Run on Earth bietet Ihnen sowohl während des Trainings als auch nachher verschiedenste Statistiken an. So kann man Ziele festlegen und die eigene Leistung über längere Zeit verfolgen. Sie können Run on Earth auch mit dem Apple TV einsetzen und die Anzeige Ihres iBoss-Geräts auf einem großen Fernseher wiedergeben. Ein fantastischer Eindruck. Run on Earth unterstützt verschiedene Sprachen. So können Menschen auf der ganzen Welt die App in ihrer Muttersprache verwenden. Die App ist sowohl mit fest verbundenen als auch Bluetooth-Fitnessgeräten kompatibel. Wählen Sie einfach die Art aus, die für Sie am besten passt. Dies sind nur einige der aufregenden Features von Run on Earth. Weitere Informationen zu dieser fantastischen Trainingsmöglichkeit und einer Auflistung kompatibler Geräte finden Sie auf unserer Website, bei Facebook und Twitter.